Wir sind jetzt hier in einer Kette. Oh, geil. Und hier gibt es ganz viele Teesorten und Teebecher und Tee... Wo ist man hier da? Tee-Dinges. Also super geil. Yum, yum. Hallo. Hast du eine gekauft? Nein. Vielleicht ist das noch ein bisschen geiler. Einmal Tee probiert. Was ist das? Ein Soße-Tee. Ein Fehlungs-Sauce. Lecker. Yum, yum. Tee ist gut. Yum, yum. Thank you.